Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand – Angebote für Messebau WeBuild Inspiration, dieses Credo, führt die Süma schon seit Jahren. Wir haben hier mit dem Stand auf der Euroshop natürlich eine wunderbare Möglichkeit, uns zu präsentieren, unsere Produkte zu präsentieren und diesen Systemgedanken nicht nur auf unserem Stand an hervorzubringen. Wir haben die Möglichkeit, mit unserem System, was 1961 von dem Marcel Stressler erfunden wurde, alles Mögliche abzubilden im Bereich des Messebaus, aber auch im Bereich des Ladenbaus. Und 1967 wurde die Süma deshalb auch in Deutschland und weiterführend dann auch weltweit hochgezogen. Und somit können wir natürlich jetzt dann auch international Kunden betreuen. Sustainability ist ein großes Thema bei uns, deshalb haben wir diesen Systemgedanken natürlich auch schon vor Jahren geprägt. Das Aluminiumprofil ist an sich sehr oft verwendbar. Des Weiteren führt Aluminium immer dazu, dass wir eine sehr hohe Recyclingrate haben, was natürlich auch bedeutet, dass unser Kunde, dass die Leute, die dieses System dann einkaufen, natürlich auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken dann haben und natürlich dann auch kostentechnisch immer weiter auf einem Level bleiben, da dieses Material nicht nur einmal, sondern mehrfach verwendbar ist.